Hi Freunde, ich bin's wieder, Julian von Outlet46.de und wir haben heute eine kleine Sondersession für euch. Wir stellen euch Artikel direkt aus dem Lager vor und dadurch habt ihr einen kleinen Einblick, wie es hier so abgeht, was hier so läuft, was ihr alles shoppen könnt. Und ich stelle euch heute mal ein paar Artikel aus dem Lager hier in der Halle vor. So, wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir hier eine große Auswahl an Artikeln und wir sollten uns hier mal ein paar präsentieren und da kommt dann einfach mal mit. Wir können ja gleich mal hier starten und schauen uns einfach mal in die U-Balance an. Wir haben reichlich Auswahl an Schuhen hier zu bieten. Hier haben wir jetzt ein paar Damen-Sneaker von New Balance in Grau. Sehr robuste Außensohle, auch rutschfest. Und wie es für New Balance üblich ist, eine herausnehmbare Innensohle, gepolsterter Schaft. Und hier vergoldet die Ferse. Diesen Damen-Sneaker gibt es zum Beispiel auch in verschiedenen Größen. Bei uns im Shop ist dieser Sneaker hier für 69,99 Euro erhältlich, anstatt für 99,95 Euro. Dann bringen wir den mal zurück und schauen gleich direkt mal weiter. Ihr seht, wir haben hier eine Riesenauswahl. Ihr könnt also jederzeit bei jedem Artikel zuschlagen. Hier können wir jetzt mal weitermachen mit einem Nike. Das ist jetzt für die Herren gedacht. Ein Herren-Sneaker in schwarz. Diesen Sneaker gibt es hier für 69,99 Euro. Das ist ein Nike-Sneaker mit Synthetik, Textilobermaterial, weich gepolstert, hier mit Zuglöscher an der Ferse und dem Max Air Element für gute Polsterung. Auch eine robuste Außensohle, ebenfalls rutschfest. Wie gesagt, bei uns für 69,99 Euro in verschiedenen Größen erhältlich. Und dann schauen wir auch nochmal weiter. Ihr könnt mit diesem Sneaker 29,99 Euro sparen, also knapp 30,99 Euro. Und vielleicht hätten wir jetzt noch was. Hier zum Beispiel eine Nike Special Edition Fortes Leather. Aus Echtleder. Also zumindest das Obermaterial besteht aus echtem Leder. Der Sneaker ist sehr anschmiegsam, hat eine Fischgrätmusteraußensohle, ist somit sehr traktionsstark und hat hier auch einen gepolsterten Schaft. Und die Sohle ist auch herausnehmbar. Einfach mal vorbeischauen, wir haben hier, wie ihr seht, viele verschiedene Größen. Ihr könnt mit diesem Sneaker 5 Euro sparen bei uns. So, wir gehen dann einfach mal weiter. Also wir haben hier viele verschiedene Modelle, viele verschiedene Schuhe, ob es nun Hausschuhe sind von Birkenstock oder ob es Georgs sind. Wir haben eine sehr große Auswahl. Wir schauen jetzt einfach mal hier weiter, was wir hier noch so haben. Hier zum Beispiel, auch sehr beliebt, Adidas Superstar. Hätten wir hier für 52,99 Euro. Ihr könnt mit diesem Sneaker 46 Euro sparen und macht somit einen richtigen Gewinn noch dazu. Dieser Sneaker ist mit Schlangenlederoptik, auch mit einem gepolsterten Schaft und mit dem berühmten drei Streifen von Adidas selbstverständlich und einer herausnehmbaren Innensohle. Und auch hier, dieser Adidas Sneaker mit einem Fischgerätmuster, also somit auch sehr traktionsstark. Schaut einfach auch mal hier vorbei, in einem schicken, durchgehenden Blau. Da haben wir auch sehr viele Größe vorhanden und mit einem Gewinn von 46 Euro kann man auch hier nicht viel falsch machen. Sowohl für Damen als auch für Herren ist in jeder Größe was dabei. Wie ihr seht, Adidas, Puma, Georgs, Caprice Schuhe sind dabei, Kangin Roos. Und jetzt haben wir vielleicht auch nochmal was für den Winter. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter. So, schauen wir mal hier, wenn wir ein bisschen durchgehen. Dolomite, Wanderschuhe, Salomonen, Lauchschuhe, haben wir alles dabei. Auch für die Damen hier ein paar Hunter-Gummischüfel. Oder Hausschuhe, Haflinger. So, jetzt sind wir hier bei Rally Hensen gelandet. Vielleicht mehr was für den Winter. Auch sehr edel. Für 89,99 Euro gibt es die für Herren bei uns im Stopp anstatt für 110 Euro. Sehr tiefe Flexkerben, ideal für den Winter geeignet. Auch mit dem Hally Hensen Logo. In Silber gestalten. Eine sehr robuste Schnürung, also sehr fester Sitz. Zusätzlich noch mit Zuglasche an der Ferse und auch hier wieder mit der gewohnten Polsterung, wie es halt üblich ist. Diese Schuhe sind wasserabweisend und wasserfest. Auch hier könnt ihr gerne reinschauen. Und ihr spart mit diesem Winterboot 20 Euro. Und zusätzlich noch gefertigt aus echtem Leder. Also für 89,99 Euro. Ein sehr schicker Winterboot. So, das war jetzt hier der kleine Einblick in unser Lager. Wir gehen dann auch langsam mal wieder zurück. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt oder euch Artikel wünscht, die ihr gerne mal sehen würdet. Auch in Natura an einer Person, dann hinterlass gerne einen Kommentar. Wir werden das dann so gut es geht erfüllen. Und jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Und werden dann uns nochmal morgen melden. Und bis dahin viel Spaß.